Also ich habe Glück, hier überhaupt lebend rauszukommen, sozusagen, oder? Schauen wir mal. Okay, das merke ich mir. Ich glaube, ich schaue trotzdem bei euch nochmal vorbei. Ja, gern, immer wieder gern. Sensationell, ich wurde hier von Schertlin auf ein Bier eingeladen. Also vielen Dank für das edle Getränk. Ja, das ist schon hardcore, oder? Da muss man schon hart gesotten sein, außer es ist so schönes Wetter wie jetzt. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja, das stimmt, ja. Aber du bist ja auch hart, oder? Kann man sehen, wie man will. Okay. Welche Rolle hast du hier, oder wen spielst du? Ich bin ganz normaler Landsknecht. Ein ganz normaler Landsknecht. Und bin bei den Spielleuten mit dabei. Gut, immerhin Landsknecht, oder? Einmal Landsknecht, immer Landsknecht heißt es doch, ja. Schertlin ist schon eine interessante Fanlines-Gruppe, ja. Wie viele habt ihr hier, wie viele Leute? 80 Leute ungefähr, ein bisschen mehr als 80 Leute. Ah, das ist schon eine Menge. Und ihr seid eigentlich bekannt für das Spiel? Wir haben, glaube ich, ein relativ hübsch ausgebautes Fanline. Zum Angucken sind wir recht schön, von der Musik her, passen die Spielleute, sind wir eher die Party-Truppe, wenn man das so sagen darf. Ja, Party-Truppe, das gefällt mir ja dann zum Wohle. Ja. 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 Ja.